Stammt! Bleib stehen! Rühre dich nicht! Sieh auf! Keine Bewegung! Sieh mal an! Die Bache! Was machst du denn hier? Wir sind hier reingekommen. Sie hat mich hier dazu gezogen. Warum schlagen Sie ihn? Er hat recht! Was habt ihr hier gemacht? Was wisst ihr? Los, antworte, Mensch! Pfff! Na los, ins Zimmer mit euch! Kein Wort! Sagt der Dame, dass ich keinen Spaß verstehe! Wer ist da? Mach auf! Henkel! Die Polizei ist bei Riegel! Christian soll nicht kommen unter keinen Umständen! In Ordnung! Hau ab! Hau ab! Wann holst du den Zimmer? Ich hab's gesagt! Das Machen-Level! Ich hab's doch noch verstanden! Die Polizei ist hinter euch hier! Ich hab's gebraucht! Ich hab's gebraucht! Ich hab's gebraucht! Ich hab's gebraucht! Könnte ich Herrn Rosse noch mal haben? Ja, ich warte! Ja, ich warte! Hallo, Christian! Bei Riegel ist die Polizei! Bei mir ist sie nicht weit weg! Komm nicht her! Hör zu! Du kannst nicht herkommen! Ja, in Ordnung! Wer ist da? Mach nur mal auf, Henkel! Es hat keinen Sinn mehr! Los rüber an die Wand! Hände hoch! Aber ich... Ich darf noch mal fragen, wer Sie sind, dann! Kriminalpolizei! Ich muss Sie festnehmen! Dann schließen Sie ruhig auf! Sie werden sie wegnehmen! Sie werden sich wundern, wenn er drin ist! Hey! Frau Keller! Was machen Sie denn hier?